Ein mit 30 Tonnen Pressdruck ultrahochverdichteter Carbonplank beim Forellenfischen. Was bringt mir das? Du spürst jeden Zupfer und du spürst das Movement deines Köders, also deines Spoons oder deines Mini-Wobblers. Du bist in der Lage, sofort das Ganze mit einem Anhieb zu quittieren. Das Wurfgewicht von 0,6 bis 8 Gramm ermöglicht dir, kleinste Köder ganz präzise zu werfen und auch präzise zu fischen. Eine semi-parabolische Aktion hilft dir, den Köder zu spüren, aber auch schnell zu reagieren, wenn du einen Anhieb setzen musst. Bei den Ringen handelt es sich um sogenannte K-Type-Guides. Für die präzise Bisserkennung sehr wichtig, die eingespleiste Vollkarbonspitze. Das Handteil ist ein Mix aus Chorgriff und EVA. Des Weiteren findest du in der Danish Edition die sogenannte RX-Serie. Hier haben wir drei Längen bis insgesamt 3,60 Meter und einem Wurfgewicht bis zu 38 Gramm, damit du zum Beispiel deine Spirulino-Montage auf Distanz mitführen hast. Semi-parabolisch bis parabolische Aktionen für maximalen Drillgenuss. Geht zu einem absoluten Hochgenuss.